Was ist das? Was war das? Was ist das? Ach, das ist ein Scanner. Ah, okay. Ich dachte schon, kommt da was größeres an. Oh, zum Glück nicht. So. Ach, wirst du das? Weißt du denn, wie das geht? Ich weiß das nicht. Äh, lol. Aber wenn du sagst, das wird schon, dann wird das schon. So. So. Ist es da noch weit? Ja, ist es. Und sammel, 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 und sammel. So wie immer. Okay. Heilendes, keine Ahnung, Zeug. Heilendes Zeug. Ich muss dich so in den Fernern alles einbauen. Heilkräuter. Heilendes Zeug. Hui. Ja. Ja. Mehr als die Hälfte des Weges müssen wir jetzt hinter uns haben. Zack. Ich wollte schon sagen, ich werde doch hiervon irgendwas gesehen, aber das scheint ein Tier der Wildnis zu sein. Shit. Was nicht. Das war ich. Okay. Das muss Brumslager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Einen haben wir. Gar nicht da. Ha. Nächster. Außerverborgen. Ich muss halt wirklich warten, bis halt das Icon dafür auftaucht. Okay. Okay. Ich wollte schon sagen, das sah doch hier gerade aus wie so ein Leiche. Okay. Aber. Jetzt ist das. Lagerfeuer, Holzkohle, Asche kürzlich gelöscht. Kann ich davon eine Spur aufnehmen? Ähm. Kann ich nicht. Was will das Spiel dann? Ach. Untersuche das Lagerfeuer. Ah. Gut. Untersuchen wir mal die Blutstropfen. So. Dann gucken wir mal, wo das Ganze denn jetzt hinführt. Nimm doch einfach mal mit. Hat ihn jemand damit zerstückelt? Das ist aber einen ganz schön langen Weg hier. Okay. Nicht runterfallen. Untersuche den Eimer. Aber warum? Damit man denkt, er ist... Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Er ist tot. Ist er vielleicht einfach nur Blut eines Tieres? Das ist ein paar Spuren, ein paar Spuren, ein paar Spuren. Okay. Alles führt mich hier hin. Aber eigentlich wollte ich ja noch nach dahinten hin. Aus dem Lagerfeuer. Okay. Hilf von nix. Erstmal gib mir ihr Alarm. Ja, ja, ich werd gesehen. Ja, ja. Komm, hier. Ich bin hier. Genau. Genau da bin ich. Hast du gut gesehen. Bin stolz auf dich. Oh, komm. Söder, Lut. Das ging voll daneben. So. Nur aber. Alles meins. Alles meins. So, jetzt weiter der Spur folgen. Auf das wir den Typen finden. Ja, ja, Truthähne gibt's hier auch. Siehst du? Ich korrigiere, es gab sie. Dann wurden sie ausgeräutet von Eloy. Das hoffe ich doch. Hier sind wir vor Mutters Wieger, okay. Lagerfeuer haben wir auch schon gesehen. Boah, wo ist denn der ganz hingelaufen? Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesen Eber stammt? Ich finde dieses Blut stammt von diesen Trothan. Okay. Wildschweinkopf. Vor kurzem mit der scharfen Waffe wurde ein scharfen Werkzeug abgetrennt. Vielleicht mag er die Leute nicht, weil er heilverbannt wurde. Was haben diese Brüder denn da? Guten Tag. Wie war das? Irgendwo oben ist da ein Sensor oder so, ne? Yeah. Schlecht, schlech, 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 schlech. Okay. Na komm. Na, weg mit dir. Einer weg. Okay, ich muss die Faltest gar nicht gedrückt halten. Ich halte die ganze Zeit gedrückt. Ja, blöd. Okay. Weil sonst muss ich ja auch immer hier alles gedrückt halten, ne? Boah, einiges. So, was haben die Plünder jetzt da genau gemacht? Was ist das? Mhm. Ja, sind wir ja auch, ne? So, Spur markieren. Und weiter auf Spurensuche. Kriegen wir schon noch hin. Noch mal so ein bisschen was hier zum Heilen. Wäre auch nicht verkehrt. Was? Da ist doch ich hoch. Eine gute Frage. Hm. Aber wo ist er denn ganz hingelaufen? Da sind noch mehr von diesen Vorräten, ne? Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen. Genesungstrank. Also wenn wir Proben finden, muss man uns einiges erklären. Würde ich mir behaupten, ne? Ist das nicht der Stein, wo die andere drauf sitzt? Nein. Och, nö. Mach doch nicht sowas. Wo musst du lang? Ah, da. Nicht umbringen. Das bringt doch nichts. Ich hör' dir nicht zu. Mann, nö. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich, ich, nachdenken muss? Ich, wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Pass dich zusammen. Nein, äh, komm näher. Dann muss ich dich nicht anbreiten. Ich weiß, es ist hart, aber ich kann helfen. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst. Meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme. Wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich... Ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen... ...lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher... Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom! Du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Kannst du ihm helfen? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja! So wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich... Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen... Ihre... Ihre Stimmen... Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Er ist eine Gefahr für andere. Nein, er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Ullara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen. Solange ich stark bin... Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins... ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Danke. Okay. Gut, wieder an der Quest. Erfolgreich abgeschlossen. So, dann würde ich jetzt aber dennoch... ...gerne halt da hin. Aber vielleicht machen wir das auch erst, wenn wir eine Schnellreise auch tatsächlich haben. Weil wir müssten ja dann auch den Weg wieder zurück. Ähm... Ja, und da hinten ist ja ein Plünderer-Areal, ne? Okay. Oh, süß doch. Wir haben wieder neue Fertigkeiten. Gut. Wie dem auch sei, wir können jetzt auf jeden Fall die Quests hier abgeben, glaube ich. Ähm, ganz kurz hier. Level up. Ähm, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Da bräuchte ich dann sogar zwei Kosten jeweils. Okay. Heiler, schnellere Heilung aus dem Medizin, das klingt gut. Ich glaube, das mag ich auch. Also, das andere kommt halt dann irgendwann. So. Weil dann sparen wir uns erstmal was für... Sag schon. Für... Na komm schon, wie heißt das? Für die nächsten Levelstufen, wo wir halt dann zwei Kosten immer brauchen. Ich hab schon wieder Fertigkeit hier. Oh, sieh, das ist ja das, was ich glaube ich mir sparen kann. Oder? Oder wird mir das jetzt erst angezeigt, dass ich... Ach so, das wird mir jetzt erst angezeigt, dass ich den Level up hab. Ach so. Haha. Oh. Ach so, das ist ja das, wie heißt das, wie heißt das?